Hallo und herzlich Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu No more room in hell. Oh man, ich mag den Namen irgendwie nicht, das ist mir ein bisschen zu kompliziert, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, mich hat's rausgehauen und jetzt kann ich leider nur noch den armen Gamer beobachten dabei, wie er wahrscheinlich elend abgräbeln wird und versagen wird und etc. Ihr kennt das Ganze. Ja, und ich glaube Gamer lässt sich jetzt töten. Weil es sind schon ganz schön viele Zombies. Ey, warte mal kurz. Das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ja. Cool. Du bist da eindeutig in Sicherheit. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Geh zu. Okay. Soll ich mich drückmachen oder? Kannst du mal gucken, wie es weitergeht? Ich glaube, dann laden wir mal eine andere Map. Oder? Ja, ich würde sagen, aber ich versuch's jetzt nochmal kurz. Da, wo wir vorhin waren. Und welch einfach so rein, so nach dem Motto. Ja. Und ich bin ziemlich erschöpft, oder? Vor mir gar nicht mehr. Hm, ich find's auch interessant, wie du läufst. Sieht so aus, als hättest du dir eingeschissen oder so. Woher weißt du das? Ja, hier geht's ja weiter. Wer... 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 Hä, ehrlich? Wo bist du jetzt? Wo bist du gerade? Ich weiß es nicht. Aber eindeutig war mir da noch nicht. Echt? Ja. Das habe ich jetzt gerade eingesammelt. Ich weiß es nicht. Ich werde hinter die Stiftung. Warum hatte... Wo, da? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist einfach nur eine Tür. Die Tür ist groß. Und es wird Zeit für Yolo. Mhm. Okay. Was sind wir eigentlich hier lang gelaufen? Ja, ja, geradeaus und dann rechts, ja. Ah, die Tür war abgeschlossen, durch die du gerade gegangen bist. Du hast da anscheinend irgendwo einen Schlüssel gefunden. Ja, ja, nicht wirklich. Ja, trotzdem, bei mir war sie die ganze Zeit abgeschlossen. Hm. Jo. Und da rennt die Treppen hinunter. Wie ein Irrer. Und geht jetzt wieder dahin zurück, wo er hergekommen ist, oder? Nee, auch nicht. Aber ich glaube, du hast Moni für die UC, oder? Oder? Auch. Moni, also für... was anderes. Mal schauen, wie weit ich komme. Wahrscheinlich wirst du eh den verrecken. So ziemlich schnell. Soll ich auf die UC gehen, oder? Ja, oder? Ja, aber nur ganz kurz immer drücken. Weil die macht ziemlich viel Schaden. Hinter dir. Oh, keine Musik. Du bist noch nicht tot. Du wirst sterben. Okay, ich bin tot. Oder auch nicht? Noch nicht. Da drüben ist so ein Gang. Zwischen den beiden Häusern. Macht das Schloss kaputt. Macht die Tür unter dir zu. Oh, ho, ho, ho. Der GameOS packt hier alleine durch. Oh, ich glaube, hier brauchst du wieder irgendwas explodierendes. Und jetzt bist du tot. Ja, ich bin tot. Ja, so gut wie. Jetzt bist du tot. Ha, 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 ha. Köln dort wir haben einfach andere Vorgehen Taktik ja okay join-game Prozent das ist all die mehr bis ein König bis ein Held ein Held okay wir sehen gleich bei einer anderen Welt die wir noch nicht gerne bis gleich ja schon wieder und jetzt hier mit einer anderen mit der sie dann das anders aber dass sie das anders okay und wir haben gerade immer noch nicht okay okay ich habe ja noch gar nicht aufgenommen und wir haben gerade eben ganz geheim angedeutet dass wir die Taktik wechseln werden nicht in unserer Spielweise sondern geheim naja ganz ganz unaufzählig und geheim angedeutet dass wir spiel weiß jetzt hat er mal eine fresse du machst bei mir einfach gar nichts du bist du vor mir und lutscht mir am sack das ist alles wir werden unsere Aufnahme Taktik ändern das heißt wir werden jetzt eine im ganzen aufnehmen so dass ich mich zwischendurch diskonnect und ja dann habt ihr wieder nur die view von gamer und ich bin diskonnect weil ich zwischendurch immer meine auto city aufnahme fertig mache und ich habe kein bock das anders zu machen weil es mir zu umständlich ist seht es ganz einfach aus gibt hier keine andere war nur ich habe schon eine gesunden oh mann du Arschloch da liegt doch noch eine du Affe hier oder hier 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 noch eine jahre Schocker er hat sich auch in Kuro ich hab ein walkie-talkie ja und die fünf Schuss verbleibend ok interessiert mich nicht ja bin ich jetzt eigentlich schon fertig geredet habe ich jetzt schon alles gesagt was ich sagen wollte jetzt bin ich komplett durcheinander gekommen ja aufnahmetaktik hat sich ändert ja genau ja wer selbst so lange auf dass wir tot sind und dann werde ich wahrscheinlich die besten sehen zusammenschneiden wie ich mich kenne ich habe ich werde ich noch sehen wo geht sie weiter ist dann mal ich will ja mal schauen hier müsste doch heute müssen noch ein bisschen fliegen man ich habe eben eine aufgehoben weil ich weiß nicht mehr wo das war hier liegt doch einer nee das ist nee das ist nee das ist nee nee das ist ein Schraubenschlüssel geben wir ja ich habe eine winchester mach das auf klopf klopf halb nicht durch zu schießen nein wenn man nicht unterscheiden dann bleiben wir sie weiter und und so soll ich ja ja und und werden ehlendlich an Humor verenden und DTC ich hab's aufgeschlagen ich hab's aufgeschlagen und du was auch so sagt was 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 ich hab mega coolen boys bollschläger und ein echt heftiges walkie toki womit ich alle möglichen zum nichts wahrscheinlich so übelst nie wird niederdreschen werde mit der Woche ich kann keine Waffen mehr aufnehmen kann in der Nürnberg oder aufnehmen und er kann auch ein Zubi und sich und hier sind die Kanister und hier ist Prozent das bist du ich würde kannst du bitte den Zubi wo noch ja das erlte gern und hat der wie geht es Ihnen heute ich wollte das beste so weit macht sie bitte bei dem und ich hätte er nicht machen sie ja aber einmal aber aber Prozent 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 der nächste bitte der Grund darf aber bitte machen war ich habe keine was er da immer einzeln nachladen nein ich habe echt keine ich habe nur einen schuss in der waffe auch cool wo sind unsere nächsten patienten ich übernehme den nächsten patienten bitte einmal machen die wollen nur in ihren schlack mit der wachung das ist doch Prozent B HB errennt 6 3 auch Deutsch start das der Stadt hat nicht viel zu dominieren zu treffen 4 Prozent er ist dort nicht alle noch die Schuss aber wir sind wieder auf der straße oh gott oh gott grebe mit dem hinterteil meiner kolle weggefetzt aber irgendwas ich weiß ich glaube ich glaube ich auch wie denn habe ich nicht eine bandage aufgenommen nein habe ich natürlich nicht doch ich habe ja okay wirklich nur wenn man blutet kann man kann man die bandage verwenden okay warte ich bin dabei ich habe doch hier irgendwie was hier war doch keine munition gelegen habe ich aufgehoben das war meine du hast wieder munition für deine shotgun oder auch nicht wie dort hallo wie dort also was patienten ich kann nicht keine ahnung warum ich habe überlebt okay ich werde jetzt wahrscheinlich nicht überleben ah 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 geh weg kommt die heraufspenden ja sie stehen gerade in der tür das geht gerade nicht so gut sind so zwischen tür und angel man sieht sich alleine ich bin unterwegs den tag der herr ja da unten ist die o gott wo bist du rechts links geradeaus ich bin raus und dann links aber ich kann nicht mehr hoffen irgendwo sicher zu sein aber da hinten ist ein motor und ich bin in den laden in den laden ich bin und treibstoff aufgehoben gott nein ich muss direkt hat das mich in ruhe als mir in ruhe ich werde sterben ich werde sterben weil er mich fest oder auch nicht ich lebe noch nicht mehr lange hier bist du dann okay 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 jetzt machen wir sind zombies worum du bist da das sieht aus wie ein das ist so viel zu wissen ich merke was mich durch kann ich mal ganz kurz durch und aber es keine munition ob schon dass sie irgendwo abend sind waffen händen zu machen munition munition gibt mir doch die munition wieso gibt mir nicht die munition was aufmachen auch dank dass die aufgeben hat einfach nur nicht aufgeben weil du schon zu viel trägst jetzt hat er nur machen das blöden waffe du kannst du nicht nachladen ganz ehrlich sagen so wie drei schuss noch mit der komplette der alter ich habe immer nur einen schuss in den blöden waffen ich weiß nicht wieso hab ich was ist denn für eine kurze wer natürlich auch mann ich habe hier hier ist doch munition wieso verwendest du die nicht diese behindert da kommt einer da kommt einer es ist ja munition das möchte ich verstehe nicht bei mir gibt er mal ein oder kein schuss ab bei den waffen und das war's ich kann auch irgendwie nicht nachladen oder so was mich ziemlich fertig macht ich weiß nicht ich kann die waffe hier nicht aufnehmen die bitte wegschmeißen danke ich habe eine waffe direkter die habe ich zehn schuss noch mehr munition da ist noch eine waffe jetzt habe ich munition block hier habe ich munition danke ich brauche als es so weit munition ist solche jetzt ist meine die brauche ich okay ja gib mir die in einem brett bretter kann man immer nicht gebrauchen warte schon mal da hinten da kann man durch die tür durch irgendwo weiß das war gar nicht da auch nicht wir müssen auf der Straße weiter gleich haben bei ihr dran und so ein Stück dann mit 45 apc waffe und ich habe keine taschen mehr eigentlich bräuchten wir gar nicht so viel munition verschieben weil wir könnten einfach durchspielen die frage wohin ja hier zum generator du hast noch viel dabei oder ich habe das dahin gelegt mach doch eh drauf lebt es auf und mache eh auf den generator wo ist mein fuel hin ok ich dachte ich hätte das dahin gelegt ich würde sagen erstmal zurück in die metro weil da war doch in diesen einen Raum hier ist doch hier ist doch das führt ich habe es auf und muss dann genau aufs kreuz legen hast du da vors hey 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 Jungs kommt her kommt her erstmal game anruhe der ist nicht so lecker wie ich mhm schaut auf meinen Arsch er sieht so lecker aus hey mir das nein wir brauchen wir brauchen das fuel von unten was brauchen wir unten in diesem einen Raum war doch fuel oder keine ahnung kann gut sein ich gehe mal runter hier jemand hier mal durch crouchen nein ja hier unten ist viel ja ja ich habe es würde jetzt raus kommen langsam weil langsam ist ja ungemütlich ja ich kann nur langsam laufen mit dem fuel in der hand muss sich verteidigen muss nachladen hey ich komme die treppe hoch oh gott keine munition mehr für die waffe tag würden sie mich bitte mal durchlassen ah nein nein lass mir in ruhe lass mir in ruhe hilf mir fuck ich bin tot ich habe versucht sorry scheiße ja mein Arsch das ist wahrscheinlich nicht schaffen aber ich bin auch verstanden und links neben dir und unter dir und du bist tot das war meine Leiche der Leichenstellung und tot auch ja wir waren so weit oder auch nicht und wir waren irgendwie ganz schlecht irgendwie ganz schön schlecht kann man das so sagen na doch eigentlich war mir ganz gut sagen wir wo es ist einfach ein ziemlich schweres spiel ja auf jeden fall da muss man schon sagen die erfahrung haben was wir natürlich nicht haben hey komm her bam bam in dein gesicht bam meine hände sind blutig okay ähm ja wir sind gestorben ach ach du ekelhafter du ja wir sind gestorben ich stehe ich und damit werden wir auch hier nicht aus dieser Pd ich weiß ja nicht wie ich aussehe ich habe keinen Plan wie ich aussehe höre Bonk Bonk eine Bordel würde sagen ja ich würde sagen das war es dann wird diese Folge diese mit diese Folge wie auch diese Märkte und da wir sowieso nur 14 Minuten aufgenommen haben bei dieser weil wir noch schon auf 14 Minuten verrückt sind werde ich daraus kein Bestaufschneiden so traurig es auch ist vielleicht werde ich ein Bestaufschneiden bestauf letztendlich aus allen Folgen schneiden wer weiß wer weiß man muggelt nur man muggelt nur ähm ja und damit würde ich sagen geh weg alter ich habe eine M16 ah oder wie auch immer die Waffe heißt und die hat einen Zoom das ist ziemlich cool wie dumm das aussieht egal alle Munition ähm ja schreibt mir immer in die Kommentare wie es fandet was man besser machen kann etc mich interessiert sowas her und bestimmt auch den Gamer und zu diesem Channel von Gamer den könnt ihr sofort besuchen wenn ihr einfach jetzt mal unter diesem Video die Videobeschreibung aufklappt und den Link du musst hinzeigen du musst hinzeigen ok unter diesem Video die Videobeschreibung aufklappen ja da steht mehr Anzeigen oder so ähnlich und dann ist da ein Link da steht glaube ich Gamer's Channel oder Gamer's Kanal und wo Gamer's Kanal steht recht dahinter da müsst ihr drauf drücken und dann kommt es sofort zu Gamer's Kanal äh joue oh die technischen Daten ist so geil die Videobeschreibung machen wir auch schon mal ja íöö complications stimmt auch nicht dass alles87 ja danke an all die zugeschaut haben Leute bis zum Best August tschau Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020